Yo, hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal und zwar im Let's Play Together zusammen mit dem Rikidikiel mit der Helya. Hallo. Hallo. Yeah, und wir spielen weit neues 2. Und auch ein Hallo an meine Zuschauer. Ich nehm auch gerade auf. Ich nehm auch gerade auf. Hallo Leute. Super, wir nehm alle auf. Juhu. Juhu. Das kann ja nur gut werden, ne? Ja. Okay. Okay. Ich freu mich. Und der Horst und der Horst startet. Der Horst? Der Horst, ne? Der Horst. Der Horst Schlammer. Der Horst im Forst. Im Bunker. Ja, ach ja, im Bunker. So. Weidnuss 2. Alvira Bunker. Schau ich halt wieder schick aus. Wieso bin ich die Erste, die in dieses Loch guckt? Weil du die Erste bist, die ins Loch geht. Juhu. Tschüss. Nein, ich hab dich überholt. Nein. Okay. Kompass sagt genau geradeaus. Geradeaus sagt Kompass. Kompass sagt geradeaus. Immer noch. Immer noch. Einfach mal. Und immer noch. Und. Und jetzt rechts. Rechts? Wo ist rechts? Da, wo der Daumen links ist. Ja, den Spruch kenn ich. Ah, ne, da, glaube ich, ist nix. Okay. Oh, super gemacht. Hat noch jemand Kompass? Jetzt, wo läufst du denn hin? Wo bist du? Bei mir ist er hinter uns. Hä, was? Bei mir war er gerade hinter uns. Ich bin doch da. Oder ist das falsch, wie gesagt? Mein Kompass ist leider noch nicht ready. Aber wir müssen irgendwie. Also die fette Seite zeigt dahin, wo man hin muss. Ja, natürlich. Okay. Okay. Also, ah, ich hör's. Ich hör's. Das darf die Hayler aufnehmen. Ja, das nehmen. Nein, ich nimm's. Nein, nicht du. Sie muss das lernen. Sie muss das lernen. Weil ich und die Leute sind schon viel weiter beim Level. Ja, lesson one. Das heißt, wir haben voll die Vorteile und so. Okay. Ja, Level eins. Wo bist du hin? Äh, was ist das? Fang mal. Da, ne? Ich hab' ne Kette vor dem Gesicht. Oh, nicht rein. Nicht, nicht anschauen. Nicht mehr anschauen. Ich hab' ne Kette vor dem Gesicht. Ich hab' ne Kette vor dem Gesicht. Und wieder mal anschauen. Ah, Alter. Wo muss ich es dir anschauen? Was ist denn das für einer? Was ist denn das für ein Monster? Die kenn' ich nicht. Ich glaub, die ist neu. Ich hab' ein paar Woll gewaschen. Ja, das ist die aus, äh, Dead by Daylight, ne? Die, äh, hier, diese... Die sieht, glaub' ich, gut aus. Diese Neues, ne? Es gibt auch noch ne Hexe. Neu dazu gekommen. Ja, die Hexe, ja. Die sieht der schon ein bisschen ähnlich. Ist Rot weit entfernt oder nah? Äh, sehr weit weg. Achso, weil das nächste Band wäre ganz hinten da, aber ich weiß nicht, ob wir da lang gehen sollten. Ja, aber mein Kompas steigt auch nur diese Richtung. Ja, dann geh' mal da lang. Ey, meinst du mir so nass? Ah, so feucht. Entschuldigung. Oh, rein ins Loch. Ich hab' ein Kompas... Ih, guck dir mal das Ding an. Oh nein, Ih, geh weg. Müssen wir da lang? Ah! Kompass! Ich geh' nach Schatten. Oh, die Neues kommt. Die gefällt mir. Die Neues? Die wär' doch was für dich, oder? Ja, total. Erstmal über Facebook. Nein! Aber die schreit... die schreit mir zu viel. Geh' doch mal. Haben wir jemanden retten? Oh, heuleise Chantal. Ich leuchte doch schon. Dank Chantal? Ihr neuer Name Chantal? Kennst, kennst du nicht heuleise Chantal? Wenn, dann Chantal. Was fuck you, Goethe. Chantal. Tut mir leid. Komm jetzt hier lang, komm mit. Bam! Wo bist du denn jetzt hin? Wo bist du denn jetzt hin? Ach, hier. Gefunden. Ach, hier. Nicht husten. Oh Gott, ich hab' Ketten. Ich hab' Ketten vor den Augen. Was soll das? Ey, du bist lieber Fifty Shades of Grey. Das wollte ich auch gerade sein. Hinter uns. Fifty Shades of Ketten. Hinter uns. Hinter uns. Lass mich doch. Lass mich doch. Lass mich doch. Ich bin nicht der Erste. Ah, toll. Sie hat mich. Sie hat mich. Oh, ich kuschel mit ihr. Okay. Och, schade. Ich wollte gerade kuscheln. Du gefällst dir. Du gefällst dir, Junge. Ja, anscheinend. Die hat's. Der einzige Mann unter uns. Ja. Hier lang. So, hier lang, ja. Spieß dich hier immer auf. Was? Ich spiele aber nicht auf. Hallo? Ja, trennt euch doch beide. Och nein. Was ist das denn? Hier ist wieder so'n Hinweis. Nicht, tust du die Finger weg? Lass doch die. Warum? Jetzt hab' ich. Da kriegt man doch gar keine Punkte. Nicht? Sicher? Ich hab' nicht gedacht, oder? Okay, lass' dir. Äh, was? Wo kam die denn jetzt hier? Hallo Akbar. Ah. Nein. Immer. Hallo Akbar. Nur weil ich werbe. Eins bin. Ja, du bist zwar jetzt, äh, jungfräulich in diesem Spiel. Jungfräulich? Oh. Oh, hier ist noch mehr. Äh, ich hab' irgendwie Blut im Bildschirm. Ja, ich hab's in der Hose. Was? Was? Das hab' ich nur in der Regel. Äh, Quatsch. Äh. Genau da. Nein, nein. Ohhhh. Nein, Ricky. Nicht sterben. Nicht sterben. Oh Gott, jetzt hab' ich schwarz-weiß. Nicht sterben. Schwarz-weiß hab' ich jetzt. Nicht sterben. Schwarz-weiß. Außerdem, da hinten ist ein Idol. Wo geht's denn jetzt hier lang? Keine Ahnung. Nein, in diese Richtung. Oh. Oh, Lampe. Oh, Lampe. Oh, das ist ein Idol. Okay, das ist ein Idol. Oh. Da gehen wir jetzt einfach mal so dran vorbei. Ganz easy. Ganz easy peasy. Oh, hier lang. Glaube ich. Glaubst du? Ist schön zu wissen, glaubst du? Ist falsch. Oh, ich hör' was? Wir folgen dir. Irgendwas hör' ich? Ich find das neue Monster geil. Das ist cool. Ja, das... Hat jemand nen Kompass ready? Ja, ich hab' nen Kompass. Okay, dann warte ich mit meinen. Und? Äh, sorry. Jetzt hab' ich nen Kompass. Ähm, geradeaus. Ja, ich hab' mich vertragen. Ich hab' nen Kompass. In zwei Minuten. Äh, jetzt hab' ich Kompass gehabt. Ah, wer braucht ne Batterie? Ähm. Äh. Wer hat hier gehustet? Oh, das war ich. Jackal. Oh, nein! Ah! Ich komme! Ich rette dich! Ja! Nein, du bist nicht. Ah, aber ich bin Grau. Ich bin Gandalf der Graue. Ich hab' nicht der Graue. Ich hab' nicht der Graue. Keine Halt! Gab's jetzt hier nen Tonband? Ich hab' gar nichts gesehen. Ich wette, es muss doch eins sein. Es muss doch eins sein. Äh, nein, Idol. Jetzt hör' auf zu husten! Ich hab' nicht gehustet. Verrät' uns doch. Verrät' uns doch. Wo seid ihr hin? Hier. Ach ja. Lass mich nicht alleine. Oder wirst du da entlassen? Äh! Äh! Ich bin tot. Gieß aber nicht. Oh, nein. Alter, du hast dir einfach zu gut gefallen. Jetzt sind wir unter Frauen. Endlich. Natürlich. Ich lass' euch dann mal alleine. Tschüss! Kommt mal mit. Ich will euch mal was zeigen, was da ist. Ja, mach' mal bitte, dass sie durch und vertrauen. Ich weiß es nicht. Oh, das sieht ja schick aus. Will ich gar nicht kaputt machen. Das ist schön. Jetzt mach' kaputt endlich, Alter. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Nein! Alarm! Hier! Alarm! 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 Einfach vorbeilaufen. Erstmal dem Prinzip. Einfach vorbeilaufen. Ich seh' dich nicht. Ich seh' dich nicht. Ich seh' dich nicht. Wie läuft die hinterher? Äh, da ist ein Idol. Sie existiert nicht. Sie existiert nicht. Ich seh' sie nicht. Da ist ein Idol. Sie liebt dich. Da ist ein Idol. Das mach' ich mal grad kaputt. Sie existiert nicht. So. Du siehst weg. Ich weiß, vielleicht überlebe ich länger als... ...hitspür ich. Genau. So. Kaputt. Hier. Ich bin vor dir. So. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich seh' dich nicht. Wir laufen auf jeden Fall schon mal richtig. Ich leuchte. Was ist? Hier ist was. Kannst du rennen gehen? Oh ja, hier ist was. Hier ist ein Tonband. Hier ist ein Tonband. Ich schau' mal grad. Warte mal, es könnte eine Falle sein. Nein, ist keins. Hier ist es. Ich fliege. Ich kann nicht mehr rennen. Nimm. Nimm das Tonband schnell. Ganz schnell aufgehoben. Ja, gut. Boah, was für kausch. Oh, hier ist eine Batterie. Oh, die Leichenhalle ist das geil. Wer braucht Batterie? Ich bin doch fast voll. Ich wollte hier schon immer mehr sein. Leichenhalle. Schmackofatz. Okay. Sag mal, ist da eigentlich grade an oder aus? Meine Taschenlappe weiß nicht. Die ist jetzt grade aus. Jetzt an, oder? Gut. Wenn man schwarz-weiß den Blick hat, dann weiß man nicht mehr, ob es an oder aus ist. Das sieht man dann nämlich nicht. Hm. Hier ist alles sauber. Hier gibt's keine Idole. Was ist das für ein Ding? Guck mal. Da war ich auch vorhin dran. Da waren die aber schon beide weg. Was ist denn das? Zerlege. Zerlegestein. Okay. Aha. Aha. Und, passiert jetzt irgendwas? Ja, ne? Äh, wir müssen an diese Richtung. Da lang. Da lang? Ja, bei mir zeigt der Kompass da. Okay. Aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Hat jemand den Kompass? Red? Äh, der zeigt mir da lang. Hey, aber da können wir ja nicht weiter. Vielleicht müssen wir ja links und dann hier weiter wahrscheinlich. Rechts meinst du? Ja, links. Links ist das neue rechts. Ja. Ja. Hier ist weit und breit kein Idol. Rechts oder geradeaus? Äh, vielleicht hier hinten in der Ecke? Ähm, ja, doch diese Richtung ist genau korrekt. Da lang. Wo ist er denn jetzt hin? Äh, ich hör hier was. Nein, das war was anderes. Das war der Boiler. Oh. Boiler. Ah ja, jetzt zeig ich euch mal. So, rechts ist ein Idol. Moment. Ich glaub wir müssen hier lang, weil mein Kompass zieht sich hier an. Warte, ich mach mal das grad kaputt hier. Hier ist es. Irgendwo. Ich hör's raus. Ich muss jetzt erstmal mit Waffen wieder. So, Idol ist äh, kaputt. Tonaufnahme. Wand in der Nähe. Wo ist es denn? Oh, ich hör's. Nein! Oh! Oh! Die will knüxen! Nein! Die wollte knüxen. Das hat mich umgebracht. Nein! Nein! Aber hier muss irgendwo das Tonband sein. Ich werde dich rechnen. So nah, da hab ich ruhig. Find ich gut. Oh, da ist ein Idol. Wo ist denn das Tonband? Ich hör's. Da hinten. Hier. So. Ich sterbe jetzt sowieso. Kaspar lebt! Hä? Was war denn das? Achso. Das Idol. Okay. Der Kompass zeigt diese Richtung? Wo bist du, Ricky? Hier. Hinter dir. Passt auf, da ist ein. Äh, Dol. Idol. Moment. Idol. Machst du? Ja. Ich überlebe das sowieso nicht. Hallo Akbar. Du schaffst das. Gandal. Der Graue. Oh nein, ich schwere in die Ecke. Ja, ich renne in die falsche Richtung. Ist sie weg? Nein. Okay. Oh nein. Okay. Ah, ich wollte schon wieder Q drücken. Ah, verdammt. Immer zu spät. Ja, ich auch. Aber das, da war's schon vorbei. Sie hält halt einfach nix aus. Kreatur gewinnt. Und das für eine KI. Das geht ja mal gar nicht. Das lustige ist, ich hab die auf leicht... Ne, hab ich die... Ne, ich hab die auf normal gestellt. Ach so. Toll. Soll ich die auf leicht stellen, ey? Soll ich die auf leicht stellen? Ist schon besser. Dann haben wir vielleicht ansatzweise ne Chance. Das müssen wir aber rausschneiden, ne? Nicht, dass jeder das merkt bekommt. Ach so. Dass wir auf leicht spielen. Also wir spielen ja auf Albtraum. Wir haben ja auf Hardcore gespielt. Ja. Das ist ja Albtraummodus, genau. Ja, ja. Das habt ihr alle gesehen. Gern. Das war richtig Albtraum-mäßig und leicht. Ach, wir mit leichtem Heimweiter. Total easy. Wir wollten aber bloß noch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man stirbt. Ja, genau. So macht man es nicht. Bei den Profis. Besonders ich mit Level 1. Okay. So. Belassen wir es bei einer kurzen Folge? Okay. Weil es kann nämlich auch mal passieren, dass wir eine lange Runde erwischen und dann hängen wir da eine halbe Stunde drin. Das stimmt. Ja, würde ich sagen. Lass uns mal kurz, weil es dauert bei mir eh 20 Stunden zum Uploaden. Okay. Dann, äh, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.